Moin Leute! Willkommen zurück zu einem neuen Video und heute spielen wir The Impossible Maze und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Es geht folgendermaßen, wir sind mit unserer Maus in diesem Kasten und müssen zu diesem Punkt und das ist Level 1. Und wenn wir hier einfach durchgehen, müssten wir eigentlich das erste Level bereits geschafft haben. Uh! Okay, Level 2. Das ist eigentlich noch ganz einfach. Ich habe das Gefühl, es wird irgendwann ein bisschen schwerer werden. Okay, next Level. Äh, Schuss, was? Warum? Warum 2? Ich nehme mal den rechten, der rechte Weg ist immer gut. May, you could always have another go. Okay, nochmal. Dann gehen wir mal den anderen Weg. Ich muss ja... Ich muss ja nur mit meiner Mausspitze in dem Ding... Also mit der Spitze, ne? So, also so ist... Ja, so ist okay. Okay, machen wir mal. Jetzt hier, hier, hier. Hallo? Hallo? Als ob das jetzt der Falsche war. Okay, gehen wir mal. Zum anderen. So, so, so. Ja. Es geht schon wieder los. Okay. Okay. So. Bam! Kein Problem. Okay, next Level. Das... Ach du Scheiße. Alles klar. Das ist locker easy für uns. Hä, das geht ehrlich voll. Das ist so schwer. Guck mal. Oh, 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 oh. Ich hab so viel Platz. Okay, jetzt wird's vielleicht ein bisschen schwerer. Ach, man muss so ruhig bleiben. Nicht in Panik verfallen. Pah. Das war ja gar nix. Okay. Ach du Scheiße. Wie viel Level hat das Ding eigentlich? Ihr... Warum suche ich mir eigentlich immer so beschissene Spiele aus? Das liegt auch, glaube ich, nur immer daran, dass ihr mich leiden sehen wollt. Weil es viel schöner ist, wenn man einfach... Nee. Fuck. Okay, das Level ist schon ein bisschen härter. Aber... Das sollte eigentlich für uns kein Problem sein. Ich seh gar nichts mehr. Wo ist es? Da. Oh, wir sind weit. Hätte ich nichts gesagt. Huh. Okay, besser. Ich hoffe, ich krieg gleich nicht so einen roten Abdruck auf der Stirn. Das wär ein bisschen mies. Okay, ich brauche vollste Konzentration. Fokussieren. Great Playing Skills. Danke. Haha. Oh. Oh, nee. Dieser Teufel da im Hintergrund, der verwirrt mich schon ein bisschen. Der ist auch ziemlich hübsch gemalt eigentlich. So male ich auch immer. Ach, hier ist ja easy. Oh, fuck. Das war knapp. Ich möchte bitte nicht... Bitte lasst mich das nicht nochmal machen. Wir sind so weit gerade. Fokussieren. Das ist das letzte Level? Als ob es das letzte Level ist. Das wäre ein bisschen... Äh, das... Äh, nee. Als ob wir so gut sind. Das macht mir gar nichts aus. Es ist... Ach komm, wir machen das einfach jetzt locker... Wir machen das jetzt hier... Wir machen das jetzt hier locker easy. Und dann sind wir alle fröhlich und dann können wir nach Hause gehen. Ich muss mich fokussieren. Ich habe Angst zu blinzeln. Ich darf nicht weggucken. Nein. Nein. Warum? Das, äh... Das wird noch ein schweres Stück Arbeit, glaube ich. Jetzt machen wir es aber. Komm. Mit Augen zu. Ich probiere es. Oh, ich lebe sogar noch. Okay, ich bin auch nicht sehr weit gekommen. Aber... Jetzt machen wir mit Augen zu. Ich kriege schon Krämpfe in der Hand. Freundchen. Okay. Ich darf... Ich muss konzentriert bleiben. Ich darf nicht blinzeln. Mach... Oh, der ist gut. Okay. Der war... Er war drin. Ich war doch innerhalb dieser Linie. Ach nee. Nee. Ich hoffe, das ist wirklich das Letzte. Ansonsten, wenn der noch... Nein. Also noch schwerer wäre echt ein bisschen mies. Schade, dass es keinen Todes-Counter gibt. Wahrscheinlich so 500. Pro Tod gibt es einen Schlag auf die nackte Eichel. No, 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 no. Möchte gar nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Oh, mach ich es mal extra schwer. Das wird bestimmt lustig. Fick dich. Von wegen... Manchmal möchte ich weinen. Aber dann fällt mir ein, dass ich schon so viel geweint habe. Dass meine Tränen getrocknet sind. Man wird abgehärtet durch die anderen Spiele. Es ist traurig. Ich muss es schaffen. Schaffe. Ich muss mal so eine asiatische Meditation irgendwie machen, damit ich mich besser konzentrieren kann und meinen Hass, meinen puren Hass gegen diesen Spielersteller irgendwie anders kompensieren können. Jetzt habe ich wahrscheinlich Leute in den Kommentaren, die schreiben, ich habe es beim ersten Mal direkt geschafft. Ja, und? Ist mir egal. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare... Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid, beziehungsweise ob ihr es geschafft habt. Ich möchte es auch noch mal gerne schaffen. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Ich möchte es loslassen. Aber es geht nicht. Ich möchte es schaffen. Ich muss... Oh, fuck. Ich habe das Gefühl, 98% dieses Videos bestehen aus Level... Wie ist das eigentlich? 10? Also dem letzten. Ich muss es schaffen. Ich muss... Ach, Freunde. Dann habe ich es ja... Ich bin völlig entspannt. Ich fokussiere mich, damit es funktioniert. Ich mache es einfach ganz schnell. Mann. Das war gar nicht abzusehen. Warum mache ich das überhaupt? Manchmal fragt man sich, tut man überhaupt das Richtige? Scheinbar ja nicht. So. So. Nein. Mittlerweile bin ich aber echt gar nicht mehr so gut. Das war mal besser. Ich möchte es nur einmal schaffen. Ich muss... Ich muss es schaffen. Okay. Jetzt könnten wir es schaffen. Das gibt es nicht. Ich zoom jetzt einfach ran. So, für euch ist es wahrscheinlich immer noch gleich groß. Aber ich habe es jetzt mal auf 120% rangezoomt. Aber es funktioniert immer noch nicht. Vielleicht liegt es einfach an mangelnder Kompetenz. Vielleicht bin ich einfach zu dumm. Ich muss mich fokussieren. Ich darf keinen Fehler machen. Oh, oh. Wir sind auf der Ziege geraten. Jetzt schaffen wir es. Bitte. Bitte. Ja. Congratulations. Click. Ha. It was just joking. This is the last level. Ernsthaft. Ernsthaft. Als ob... Als ob ich dieses letzte Level im Dunkeln machen muss. Okay. Ich kann das. Und dann hier. Nein. Bis hier. Dann bis hier. Runter. Wie ging das? Fuck. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann hier raten, wie ich lustig bin. Aber bis da war es schon mal richtig. So. 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 Ich habe keine... Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr dieses Level geschafft habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde jetzt gleich nachgucken, wie das erste Level aussah. Aber das bringt so nichts. Nieser kleine, freudige Hersteller, ey. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst mal eine positive Bewertung da. Vielleicht knacken wir die 800 Likes. Würde euch freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.